Willkommen zurück bei C4 auf Playstation 3 und wir befinden uns hier noch in der Hinterhofgasse irgendwo in... genau. Und wir sollen da oben raus Opas Asche stehlen und ich habe irgendwie noch nicht so richtig den Weg dorthin gefunden. Aber hier ist ein Türchen, an dem ich irgendwie schon zwölfmal dran vorbeigegangen bin und dies noch nie erblickt habe. Glaube ich zumindest. Ja, hier war ich bisher noch nicht. Aber irgendwie hilft uns da noch nicht weiter. Super, wir haben einen Schalter gedrückt. Der Schalter nützt auch niemandem etwas. Ja doch, ich glaube wir waren hier schon mal drin und haben hier was geklaut unten. Ok. Jetzt suchen wir mal ganz verzweifelt einen Weg da. So, ganz kurz Karte. Da müssen wir irgendwie hin. Ich verstehe nicht, wie wir da hochkommen sollen. Ach, das hier war der Tierdiebhaber. Mit dem ganzen ausgestopften Krabbelkram. Ich versuche es ist wert, hier mal lang zu gehen. Oder? Da war das Zollbüro. Wir müssen genau in die andere Richtung. Karte. Wir können mal drüber ins andere Gebiet gehen. Die Frage ist nur, wie wir da hin kamen jetzt. Ach Gott, ist das alles ätzend. Gerade blöde Nebenmissionen erhöhen. Beziehungsweise nur diese eine blöde Nebenmissionen wieder. Alle anderen waren so einfach. in der Stadt wimpelt das von Ungläubigen. Du, keine Bewegung. Du, keine Bewegung! Na? Ich kriege auch K.O. Alle anderen haben nichts wiederbekommen? In der Stadt wimpelt es von Ungläubigen. Ha. Ich friere. Hm. Was ist das da? Ach, ne Kerze einfach nur. Das ist das Zeugrohr gewesen hier. Dann ging ihr die Tür auf. Ah. 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 Ah, nicht totmachen mich. Ich bin wieder hochkonzentriert. Ich bin wieder hochkonzentriert. Jetzt bin ich krass. Ah. 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 Ich will doch nur Opas Asche haben. Wir wissen, dass du viel verlangt. Kommen wir wieder zurück in die andere Gegend da. Schau mal einfach, ich glaub das ist da vorne nach rechts einfach. Was ist hier durch oder da links durch das leuchten, ne ne, hier durch wie es aussah, gut. Dann müssen wir gleich mal schauen, dass wir da irgendwie oben rum durchkommen und uns dann Opas Asche holen. Der Opis Asche, die könnte aber gut gebrauchen. Da. Nehmen wir uns da kurz um. Das ist auch wieder so ein Säule-Ding. Ach es gibt mehrere von diesen Säulen. Das kommt als nächstes. Komm Bruder, wir bringen Orions neue Zeit mit Feuer und Schwert. Einen Moment, das Blut rauscht in meinen Ohren, seit Orion uns beiseite genommen hat. Gehen wir nochmal hier runter. Uch. Da, 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 da. Mein Schild. Merk 1. Ein schönes Stück. damit hätten wir schon den zweiten davon betätigt glaube ich voll actionmäßig und was haben wir hier feines nichts und gerade wieder vollkommen falsche richtung so da ist mein turn da müssen wir wächst sich mal schauen dann schneiden stück kleinen kameraden ab der braucht das nicht so geht es hier wahrscheinlich durch hoffe ich wäre schön wir mal mit dem neben ist nun jetzt abschließen könnten büro der ratswache und zum nächsten ladescreen ja schon anders aus ok Hm. Ausgangspositionen ist irgendwie auch nicht so der Bringer gerade. Also wir sind jetzt hier oben, aber irgendwie. Müssen wir da doch noch ein Ticken weiter. Ist nur eine Schatulle drin. Hm. Mann. Das ist doch ätzend. Wie kommen wir jetzt da rüber? Ach Gott. Ist das blöde. Hm. Hm. Das ist doch irgendwie nicht das wahre hier. Was ist das da oben, kann man da irgendwas mit anrichten? Ja super, nichts. Tschüss. Vielleicht können wir da oben rum irgendwie. Versuchen wir das einfach, dass wir irgendwie hier rum gewurschtet kommen. Es ist teilweise echt ein bisschen quicky, aber sonst wäre es ja auch zu leicht, oder? Ich bin zwar sehr frustriert gerade wieder, aber ich hoffe jetzt haben wir hier den richtigen Weg gefunden. Ja, haben wir. Schauen wir mal rein. Immer diese unsterblichen Flaschen. Jetzt kriegen wir es wieder eine Kerze. Gestohlene Dokumente. Liste gestohlener Gedönsel. Dokumente, wo drauf steht, was gestohlen wurde oder so. Ach ja, ach ja, ach ja. Na, was haben wir da oben? Einfach mal. Klar, der muss sicher verschlossen sein. Kintenfässchen. Kintenfässchen. Und der passende Fülle dazu. So, hier noch ein Schränklein. Na komm. Da haben wir dich. Guckuck. Das sieht doch noch eine Urne aus. Das Hauskunde interessiert sich wohl mehr für die Urne. Oder ich unterschätze die Familienbande. Na, ich glaube es ist eher die Urne. Uh. Eine harte Tür. Da hätte wohl verbirgt. Na. 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 Na komm. Das ist ein ganz schön punktgenau hier sein bei dem Ding. Na. Sehr schön. Und auf mit dir. Böse, böse Plattform. So. Pfeilchen. Bauen wir uns mal ein Hängerli. Hängerli. Plätterli. Hm. Wird ein ganzer Spaß von schärfen können. Wie machen wir das jetzt? Ne. Nicht so. Wie von ins. Au. Au. Okay. Dann nicht. Nichts gesagt. Nichts versucht. Nein. So. Ich nehme nur ein kleine Stadthülchen. Auf mit dir. Kleine Schätzchenlein. Guck. Ehrenzeichen der Wache. Dussiger Armreif. Münzenhaufen. Ich hätte gerne einen gewaltigen Münzenhaufen. Ich werde jetzt mal heilen. Ach, da ist die dritte Säule. Gute. Ein Schild mehr und ein Schalter. Jetzt haben wir schon drei Schalter gedrückt und null Auswirkungen. Na, kommt schon ums Eck. Also ein Esklein dabei. Kannst ja ein bisschen vegetarisch annehmen. Ein Stück Holznagen. Ich brauche was zu trinken. Ach, lass mich nur einfach umblumsen. Ich hätte eh nichts gemerkt. Ach, lalalalala. Na, wo haben wir dich? Da. Hier. Dort. Und, 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 und. Ah. Juhu. Und was? Haben wir alles voll. Üblichen Flachmann der Wache dabei. Nun haben wir nur noch Hauptmission. Mal kurz in die Ecken luschern. 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 Mal kurz in die Ecken. Mal kurz in die Ecken luschern. Ich füllen wir noch mal unsere Bestände. Uh, 140 kost... So nen scheiße Explosion 2. Das hätten wir uns mal vor überlegen sollen. das klingt ja gar nicht so gesund aufschrauben guguck da bin ich wieder naja was haben wir hier ein kleines lagerhäuschen bevor wir da ins zielgebiet eindringen lecker fisch sachen gefunden in allen formen farben und varianten also scheren gefunden in allen formen farben und varianten vor allen dingen die aus der klaps habe sehr 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 zugesagt an ihm streckt mich gerade noch im hintergrund mein mann für sich ja ich möchte mit kapitel 6 beginnen in